Roter Onyx ist ein Stein, der das emotionale Gleichgewicht fördert. Roter Onyx ist auch für seine schützenden Eigenschaften bekannt. Roter Onyx schützt sie vor bösen Blicken und reinigt ihre Aura von unerwünschten Energien. Roter Onyx ist ein Stein, der sie durch die Herausforderungen des Lebens führt und ihnen hilft, sie zu meistern. Roter Onyx gilt als wertvoller und begehrter Stein in der Welt des Schmucks und der Edelsteine. Seine auffällige rote Farbe und die einzigartigen Streifenmuster machen es zu einer gefragten Wahl für Dekorationsartikel und Schmuck. Onyx-Kristalle können zur Erdung, zum Schutz, zur Selbstkontrolle und als Barriere gegen schädliche Energie verwendet werden. Dieser Stein hat eine beruhigende Ausstrahlung und sie können den Typ wählen, der ihnen am meisten zusagt. Sie geben ihnen außerdem Kraft und Ausdauer und ermöglichen es ihnen, sich auf ihre Umgebung einzustimmen, ohne depressiv zu werden. Grüner Onyx ist ein zutiefst beruhigender Stein, der hilft, das Herz nach jedem Verlust zu trösten und zu heilen. Es ist auch dafür bekannt, Sorgen, Anspannung, Stress und Angst zu lindern. Es ist auch hilfreich als mentale Unterstützung bei der Entscheidungsfindung in schwierigen Zeiten. Es verschafft ihnen physiologische, intellektuelle und psychische Entspannung. Der Farbton des grünen Onyx repräsentiert ihre mentale Stärke und ihren Intellekt. Darüber hinaus werden ihr Bewusstsein, ihre Intelligenz und ihre Kommunikationsfähigkeit verbessert. Green Onyx wird ihnen auch dabei helfen, ihre zwischenmenschlichen Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern. Hilft bei der Überwindung von Konflikten im Leben. Macht sie selbstbewusst und begegnet ihrem Inneren Selbst. Beseitigt Ängste und stärkt das Selbstvertrauen. Es hilft dabei, Kraft aufzubauen und das Innere Selbst zu stärken. Macht sie zu einem weiseren Menschen. Es bringt spirituelle Inspiration. Es heilt dich emotional und mental. Hilft bei der Überwindung von Konflikten im Leben. Macht sie selbstbewusst und begegnet ihrem Inneren Selbst. Beseitigt Ängste und stärkt das Selbstvertrauen. Es hilft dabei, Kraft aufzubauen und das Innere Selbst zu stärken. Macht sie zu einem weiseren Menschen. Er bringt spirituelle Inspiration. Dieser Edelstein ist dafür bekannt, negative Energie zu absorbieren und umzuwandeln und ein Gefühl von Ruhe und Ausgeglichenheit zu vermitteln. Indem er dabei hilft, vergangene Bindungen oder Trauer loszulassen, fördert Black Onyx das Selbstvertrauen und die Selbstbeherrschung und erleichtert das Treffen kluger Entscheidungen. Es heilt dich emotional und mental. Danke, dass du mein Video angeschaut hast.